Ihr kleines Geheimnis ist ihr Geburtsland. Jedenfalls lebt sie jetzt in England. Macht auch Musik, ist zur Zeit auf Tournee. Hat diese Extra unterbrochen mit dem Musikladen. Sie ist heute Abend hier Lena Lovic mit Birdsong. Musik 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 Und jetzt, sie zählt zu den besten Entertainern unserer Zeit. Sie ist eine der größten Sängerinnen, ein Superstar aus Amerika. Willkommen im Musikladen, Pat Mittler.